Spin it und vielleicht den anderen auch nochmal oder den, die Farben durchwechseln. Er geht ja übelst ab hier. So, hallo und hallo zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder eine kleine Mod-Vorstellung und zwar geht es um die Fidget Spinner Mod. Oh ja, Trends überrollen ein ein nach dem anderen. Fehlt noch der Harlem Shake Mod und das weiß ich nicht alles, aber ich habe das zufällig gesehen und dachte, ja, den muss ich ebenfalls mit zeigen. Der macht nicht viel, ist auch vielleicht nicht so arg cool, aber implementiert Fidget Spinner in Minecraft. Ich konnte mit den Teilen bis jetzt mal nichts anfangen, aber Minecraft anscheinend schon, denn hier gibt es ein paar Sachen drin. Gut, was brauchen wir dafür, um solche Fidget Spinner zu machen? Ich habe den gerade mal installiert. Für die 1.10.2 gibt es das sogar. Link jetzt in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch gerne mal selbst ziehen, angucken, austesten und drehen, spinnen. Dazu haben wir verschiedene Wollesorten und die Wollesorten geben an, aus welcher Farbe dieser Fidget Spinner sein wird. Ich mache einfach mal über einen Stack oder so raus und dann können wir uns einfach ein paar verschiedene machen und dann drehen. So, das mal hier. Na komm, reicht auf den Anfang. Okay. Dann ja, wir brauchen Sticks dafür, um so ein Ding zu basteln. Vier Sticks außenrum. Und dann eine Wolle rein und dann haben wir einen entsprechenden Fidget Spinner. So, kurze Frage, wenn ich das jetzt hier mal kurz einfach reinlege und die Wolle wechseln, normalerweise müssten dann auch die Farben hier unterschiedlich rauskommen. So, dann kommt schon einen von den Magenta nochmal, dann einmal von den Light Blue nochmal und dann kriegen wir samtliche Farben raus. Man kann es nur mit Wolleblöcken machen und das ist einfach so das Rezept vom Prinzip her. Okay, damit haben wir jetzt schon mal sechs von den Teilen fertig. Okay, tue ich mal kurz raus und lege mal die Teile bei mir in die Hand und dann testen wir die einmal komplett durch. Gut, wir haben jetzt nicht so viele Features. Ich werde mal ganz kurz hier die Features präsentieren. Man muss damit rechts klicken und das war's. So, rechts klicken, was passiert? Er dreht sich. Er dreht sich einfach und das war's. Geht mit einer anderen Farbe auch. Gut, Ende der Mod-Verstellung, das war's. Tschüss mit mir. Ja, also mehr Features hat das Ding halt nicht. Wenn man einmal kurz dreht, dann klackt das so in der Position unten geht das immer in dieselbe wieder zurück und wenn du jetzt praktisch gedrückt hältst, dann rotiert es auch unten in der Inventarleiste. Also das ist cool gemacht, dass zumindest die Inventarleiste dann noch mit reagiert. Und ja, ansonsten gedrückt halten. Und wenn du nicht mehr gedrückt hältst, hat es oft gehört. Ich kann das auch theoretisch dann die Off-Hand tun mit zwei, kann ich dann zwei gleichzeitig, nee, das geht nicht. Geht nur mit einem. Ja, geht nur mit einem. Geht nur mit dem in der Rechtshand und ja, hier sowas. Lo, aber wenn ich auf die Off-Hand dann wechsle, während ich die linke Hand drehe, dann dreht sich nicht die Off-Hand. Obwohl sie sich eigentlich drehen müsste, weil ähm... Die wird ja priorisiert. Äh, Quatsch, die Normal-Hand. Egal. So, Normal-Hand wird nicht... Jetzt genau, die Off-Hand dreht sich ja, wo die Normal-Hand eigentlich dran ist. Egal. Und ja, verschiedene Farben. Ihr könnt es euch hier vorstellen, jeder mit anderen Wolle-Sorten, wobei sich alle durchtesten. Äh, ich wollte es euch nur zeigen, weil das ist, äh... Ja, keine Ahnung, gerade so im Trend mit den Dingern. Gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, lass krachen. Und tschüss. Bis dann, lass krachen.